Schön, auf geht's, weiter geht's, auf für die nächste Folge Leute, wir fliegen. Wolkenschlingel, los, Wolkenschlingel, das Manöver behalten wir lieber für uns Wolkenschlingel. Dann hast du gegen die Brücke geflogen, also tot, tot 1 vor Tribbeln. Wirkenswasser so. Ob man uns wohl vom Schwarz aus sehen kann? Das ist unglaublich, wirklich unglaublich, oder? Mhm. Sie fliegt so gegen den Baum, so BÄÄM! So rumknistern hier, das ist auch immer toll. Ich bin ja alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesflug belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlow's Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und? Jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Es gibt nicht nur die Ausfläche, sondern sie können sich rohchen und Tiere bald zu haben. Ich werde mich abschreiben. Das finde ich nicht so schnell scared, Wenn man sich verdrängt, wenn man es sich anschauen muss, kann man darker ausfüben werden. Los! Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Diek sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Schneller Wolkenschwinge! Schneller Wolkenschwinge! Schlinge! Schnelle Wolkenschwung Okay, langsam. Na, also. Wolkenschwinge, los! Schneller, Wolkenschwinge! Wolkenschwinge, los! ¡Gracias! 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 Folge mitbekommen, wie, wat, wo. Also bis dann.